Ich bin von Haus aus Schauspieler. Ich habe meine Ausbildung in Berlin an der Ernst Busch gemacht. Wenn ich mit Schauspielern arbeiten will, will ich Leute haben, die was ausmachen. Und auf der anderen Seite genau das Gegenteil, drauf zu scheißen und zu machen. Dann wird so gesagt, das machst du gut. Die Frage ist nur, weiß ich, wie ich es gemacht habe? Die Frage ist nur, weiß ich, wie ich es gemacht habe.